Bassem Ibn Ishaq. Bist du bereit, den Mann aufzugeben, für den du dich gehalten hast? Das bin ich. Bist du bereit, alles zu opfern, was dir wichtig ist? Das bin ich. Bist du bereit, dein Leben hinter dir zu lassen und auf dem Schattenpfad zu wandeln? Das bin ich. Aus dem Dunkel schreitest du in das Licht. Und aus dem Licht, kehrst du ins Dunkel zurück. Vergiss nie die Grundsätze, die du geschworen hast, zu befolgen. Halte deine Klinge fern vom Fleisch Unschuldiger. Verbirg dich in der Masse. Gefährde niemals die Bruderschaft. Das müssen nur für die Köder sein. Verkdi das nicht. Verkdi das nicht. Verkdi das nicht. Verkdi das nicht. Hey, es ist einfach. Verkdi das nicht. Die Schreie ist nicht sicher. Von heute an bist du ein Verborgener. Untertitelung des ZDF für funk, 2017